immer diese stresser mann 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 ding die die bisschen hundefutter rein stabiliert so okay ach hier liegt auch noch was rum okay so hier ist nichts mehr das heißt wir klopfen hier ganz hat wieder an hinten gab es dann auch nix oder nichts nach oben wollen wir erst mal bevor ich runter zur ölpumpe gehe noch mehr wasser noch mal zum einklopfen kein schrott hier ist nur das relikt wenn wir schon hier sind können wir auch relikte machen bekanntmachung das spontane auftreten von fieber und heftigen erbrechen von klaren flüssigkeiten bei säuglingen ist ein anzeichen dafür dass es dass das kind infiziert sein könnte beginnen sie das kind was bringen sie das kind und alle in kontakt mit dem kind hatten sofort zur quarantäne naja die heutige medizin haben sie nicht mehr so wie wir heute haben heißt der heutigen medizin in der zeit hier stimmt dieser komplett leider weg und das bedeutet für dir jede kleinste wunde kann einen zum tod führen so gut wie wenn die natürlich keine oder jemanden haben der ein doktor ist dann natürlich nicht wartet mal ich hab schon mal mit rüber genommen einfach so das glaube ich das zweite jetzt und da hinten läuft das dritte ok ok trotzdem gucken wir nochmal hier fix rum ach so das wäre jetzt der weg nach unten gewesen gleichzeitig ok ok kanister kanister uninteressant auch uninteressant wenn wir eh da lang gehen ja dann kann ich das ding gleich in die luft ja am ende ganz einfach weg ist es ok was fehlt uns noch ja ok ein schrott und ein rotes teil das rote teil ist da oben gewesen das habe ich schon gesehen wenn er zum bohrkopf jetzt nicht den weg versperren würde na gut so das ding noch ah da bringt das letzte schrottteil fertig nächste pumpstation bitte nächste pumpstation schön ja 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 also ok ne die maden will ich jetzt nicht futtern also was ist denn hier ok ok gerade mal hier ok 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 Hmm. Ende gebrochen. Rot. Ach, ein Scharfschützer ist da. Nicht, nicht, nicht. Eigentlich könntest du wunderbar treffen, das weißt du schon. Ja, das war's. Ja, wunderbar. Sniper-Munition. Munition ist voll, okay, cool. Ich wollte gerade sagen, ähm, wo ist denn der zweite Schrott? So. Jetzt kommt das Beste von allen. Ich weiß nicht mal, wo die Leuchtpistole war. Ja. 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 Ich weiß nicht mehr, wie ich mein Auto rufen kann. Äh, ist das peinlich. Ohohohoho. Äh, ich hab's auch so nie gerufen. Ähm. 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 Einstellung. Maus. Ne. Ähm. Tastatur. Da. Fahr. Fahrzeug. Nein. Halt. Wahrscheinlich zu Fuß. Ähm. Vorwärts-rückwärts. B-b-b-b. Reparieren. Sprinten. Taschenlampe. Feuernkamera. X. Ah. Ne. Schupacap. Mal rufen. Die zwei. Ja. Aber das sagen jetzt niemanden, da ich nicht wusste, wie ich mehr den rufe. Ähm. Jetzt fehlt nur noch das Lager und die Kolonne. Okay. Dann. Erstmal Richtung Kolonne. Ja. Das ist ja klar. Mal gucken, ob das so eine Kolonne ist, die wir dann auch wieder zerstören müssen. Oder ob wir die klauen dürfen. Also Schrott einbringt. Aber bei 5.000 Schrott, also jetzt mehr ehrlich. Ja. Haben wir schon ein bisschen. Können wir da ein paar Sachen investieren. In uns. Okay. Ich hab wohl keine Freunde mehr hier. So gut wie. Ich hab wohl keine Freunde mehr hier. Da hinten. Das heißt, die werden wahrscheinlich gleich kommen. Die Kolonne. Ja. Das sieht sehr gut aus. Zoomen. Ja. Das sieht sehr gut aus. Zoomen. Schon geil, wie die gleich aufploppen. Achtung. Einer. Zwei. Drei. Hihihi. Vier. So. Jetzt aber. Na kommst du da nicht durch? Oh, da sind ja noch welche. Da ist ja noch einer. So. Jetzt nicht mehr. Ach komm. Noch eine Kugel und. So. Das heißt, wir machen das jetzt mal auf diese Tour. Wir haben wunderbar den Weg versperrt. Der Weg. Hörst dich nicht, der große Böcher. Das sieht auf der Hüfte. Der Weg. Der Weg. Das ist weg. Das ist weg. Das ist weg. Das ist weg. Ah, ist wieder so ein Fahrzeug, was wir in die Luft gehen müssen. Ja, ja, ein Sturm zieht auf. Ich mache ja 6. Ich mache ja 6. Ich mache ja 6. Ich mache ja 6. Was? Ich mache ja 6. Ich mache ja 6. Ich mache ja 6. Das ist eine doofe Ecke. Man kriegt also auch im Sturm mit dem Fahrzeugschaden. Wir waren gerade am Arsch der Welt, wo wir nicht hinfahren können. Wo ich hätte mal schnell reisen müssen. Warte mal, ähm, vielleicht können wir ja genau Max Büschen Ausbau. So. Sehr schön. Das heißt, wir können noch mehr Munition rumschleppen. Und bestimmt hier wieder eine Gesichtsbemalung. Sonst was? Ähm, lange Haare mit Bart, schmutzige und... Nö, ne, Max bleibt so. Okay. So, wisst ihr was hier? Nö, wir lernen jetzt alles hier. Wir haben die Kohle. Ganz einfach, wir haben die Kohle. Und 250 Dinger ist ja nicht so der wahre Buller. Also, raushauen mit der Kohle. Ach, es ist so doof, dass er jedes Mal dann hier rausgeht. Ja. Ich bestätige. Ja. Ist okay. Und raus. Also. Mh. Ähm. Maximum. Okay. Das heißt, wenn wir dann hier alles jetzt... Ja, wir sind voll. Sie sind richtig voll. Lange Haare mit Bart. Ne, tut mir leid, das ist Max nicht für mich. Nicht für mich ist das Max. So, Werkstatt. So, 1400. Gut. Hier müsste man... Wie viel zahlen? 1400. Gut. Halt. Eins haben wir noch in der Werkstatt. Was ist das? Ach, das sind die ganzen Körper-Schmuck-Dinger da, die wir anbringen können. Genau. Von den ganzen Fahrzeugen. Äh. Wie sieht's hier aus? Das kostet 300. Okay. 400. 500. 500. 900 auf jeden Fall. Ne, das dauert noch. Ach, 900. Und dann... Okay. Fahrverhalten. Beschleunigung. Okay. Federung. Ja. Booster. Achso, das ist ein Booster. 1800. Dann könnten wir mehr schleifen und hier stacheln. Haben wir schon das Maximum. Okay. Reicht. Reicht. Sehr schön. Äh. Was fehlt denn jetzt hier nur noch? Was fehlt denn jetzt hier nur noch?